so dann noch bei youtube einmal hallöchen an alle wir machen jetzt weiter mit greg blog ich glaube jetzt bei youtube warte das gucke ich jetzt mal eben schnell nach wann die letzte folge kam ich glaube das müssten auch schon zwei monate mittlerweile sein ein monat echt was gerade guckt los ja okay ja auf jeden fall ein monat jetzt bei euch pause für uns so ein bisschen länger also wir haben jetzt sieben monate pause in etwa gemacht wir haben jetzt gerade einmal einen kleinen rundgang gemacht durch alles und haben hoffentlich alle fehler die wir noch so hatten gerade gefunden das erste ist tatsächlich hier rockbreaker haben wir vielleicht noch welche nein nein stimmt warte mal computer wir könnten auch den rockbreaker 3 bauen fällt mir gerade auf ja dann müssen wir aber eine andere zelle hier nehmen müssen wir nicht ja wobei doch weil die ev hat ich glaube die dinger geben keine ev aus oder jetzt hast du kabel egal ja wobei electric piston geht glaube ich auch also die haben wir glaube ich auch noch nicht haben wir noch nicht wir haben nur die ersten drei stufen von pistons stimmt weil letztes mal das problem war dass wir viel zu wenig titanium ran bekommen haben ja auf jeden fall jetzt ganz kurz youtube und auch bei twitch generell plan ist dass wir jeden sonntag jetzt streamen als festen tag eventuell kommt mal irgendwann spontan vielleicht freitags ein stream aber eher weniger tendenziell ist halt immer sonntags jetzt geplant bis jetzt 18 bis 21 uhr plus minus kennt man ja bei uns vielleicht machen wir auch demnächst mal ein bisschen früher mal gucken je nachdem wenn ihr tendenziell live dabei sein wollt aber nicht so spät könnt schreibt gerne in die kommentare beziehungsweise jetzt halt gleich bei twitch rein dann überlegen wir mal ob wir vielleicht auch ein bisschen früher anfangen und genau und dann halt bei youtube ganz normal wieder jeden tag eine folge das heißt in ja in drei wochen in etwa haben wir wieder fünf monate backlog so plus minus genau und bei youtube ganz normal 20 minuten folgen und ja das war es eigentlich so was ich sagen wollte stimmt ich weiß was du machen wolltest also das gar kein das wollte es wirklich machen was denn anlage wieder für konkret dass wir kommen tatsächlich bestellen können das mache ich tatsächlich genau wieder okay aber tatsächlich so dass wir bestellen können ja so dann würde ich jetzt einmal anderes problem nachgehen und zwar dass wir aber das hier drüben nein hier genau dass wir kein polycarpro laktam bekommen das macht man in irgendeiner maschine aus salpeter und nafta ja das ist aber schön hatte kann man nicht auch flüssigkeiten über system anfordern oder geht das nur mit einem export bus oder nur übers fluid terminal vielleicht nee darüber kann man glaube ich nicht bestellen weil was ich nämlich mal ausprobieren wollte ist einfach crafting card reinpacken äh oh wappen interessant ähm warum auch immer hier eine capacity card drin ist man kann keine crafting cards da reinpacken wo denn ähm bei dem fluid solid fire also bei dem fluid export bus das könnte auch erklären warum du da drüben keine drinnen hattest ja stimmt das heißt wir müssen die anlage drüben doch umbauen dass sie durchgehend läuft und nicht nur ab und zu ähm ah stimmt das prob oder ah gucken wir uns gleich in ruhe an so ähm ja das heißt salpeter und nafta im chemical reactor ähm so wir haben ja nur so zwei stück davon oder so okay das ist was anderes auch hier advanced chemical reactor rubber rubber nein das ist das falsch uah ach stimmt unser hübsches design hier überall das ist polyethylen ah war einmal das ist Ölsand ich glaube wir brauchen erstmal wieder ein paar wochen um uns hier einzuhalten äh das sowieso ähm kann es sein dass wir da gar keine maschine für aufgestellt haben wir warten aber wie soll man denn sonst äh für polycarbon irgendwas es kann sein kriegt man das vielleicht irgendwo anders noch her ne das äh weiß ich glaube ich nicht ähm also turbo centrifuge ne die ganzen sampling maschinen extraktoren wenn muss das ja irgendwo hier vorne sein hier advanced chemical ja hier ist es okay hier ist auch nochmal sodium persulfate haben wir anscheinend auch irgendwann schon mal gemacht warum ist musik aus da bei mir grad irgendwie auch ja also war einfach ein komisches lied okay so und das problem ist da kommt kein salpeter gerade raus kommt irgendwas anderes noch als nebenprodukt ah ja potassium auch noch okay export nafta export salpeter so das heißt salpeter ist das problem äh mehr oder weniger hä warum ne ne ähm okay ich hab den fehler gefunden guckst du grad den stream ja ich fordere mal 100 salpeter an oh jetzt ist werbung warte okay blödes äh liebes twitch mach ich natürlich ja ähm ja also uns fehlt vielleicht ein essentieller bestandteil ähm ja ich kann das selber mal anfordern warte ja also muss 100 stück anfordern weil ein bisschen was können wir produzieren 100 ja sand ja aber das müsste ja jetzt äh ja ich geh davon aus dass wir salpeter in ähm ähm äh hallo zwei peter äh ach sand ist doch unnötig ne nicht so ganz ja manchmal boah wie viel ist denn hier noch meine müde geh weg jetzt zehn stück äh vier stück hä drei ja so jetzt aber komm schon das bitte einmal raus und start ne tatsächlich es sind immer 16 sand die auch mal drinnen sind aber wieviel fordert der denn auch mal an ah vielleicht wegen der acceleration cut dass er da direkt irgendwie ein bisschen mehr anfordert auf jeden Fall das problem ist wir hatten keinen sand so und was brauchst du da jetzt grad boah die die dings haben aber hier gibt es ja keinen normalen kundenrepeater so aber der block breaker funktioniert ja naja ganz ruhig so das heißt das läuft gut durch äh hier scheinen auch wieder alle langsam zu laufen Sand ist aus welchen gründen auch immer schon voll mit Gravel auch das füllt sich ganz langsam sind jetzt 28 aber irgendwo geht der ganze kram noch hin gut wahrscheinlich erstmal das meiste nach das alles so wenn er hier gleich voll ist irgendwann mal ähm weißt du was ich bin mal so nett äh haben wir nicht irgendwo ein unbreakable hammer oder so oh das weiß ich nicht äh egal so ähm da müssen wohl neue Maschinen extra für Sandlagerung her nö also tatsächlich wirklich nicht weil ähm das Problem war wir haben absolut kein Koppel gehabt und das haben wir jetzt sozusagen verdoppelt die Koppelproduktion und wir hoffen dass es jetzt reicht also die Maschinen hier langweilen sich die ganze Zeit das ist wirklich nicht das Problem das Problem ist tatsächlich dass wir ähm keinen Koppel hatten so 40 42 ja gut guck ich mir später an ähm dann wollte ich die Verkabelung unten nochmal angucken und ich glaube da musst du mir tatsächlich da noch bei helfen ich ja oh im Prinzip einfach stehen und ein bisschen was immer rausnehmen so so also das ist jetzt hier 33 ne also tatsächlich Steam, Diesel, Wasser geht alles nicht raus ok können wir also eigentlich alles abreißen dann so ah ja da war ja was Branch Kram kann man ja nur damit abreißen so das heißt das Ding kann theoretisch weg ich hoffe jetzt einfach mal ich habe hier nichts kaputt gemacht warte warte kann uns irgendwas um die Ohren fliegen gerade das äh weiß ich nicht äh erhaltliche Megafarmer schön dass du da bist wie geht's dir? einen wunderschönen ähm ich bin grad echt am überlegen haben wir noch irgendwas was uns um die Ohren fliegen könnte höchstens der Reaktor höchstens der Reaktor ja das äh diese Aussage ist nicht unbedingt beruhigend ähm so machen wir mal ein bisschen hier Kabe-Salat weg so zack ok ähm dann würde ich jetzt nämlich die Batterie ein bisschen umbauen das heißt wir haben gleich keinen Strom mehr mir geht es gut dass was er schafft aber dafür gibt es Urlaub mir geht es selbst mir geht es ganz gut danke der Nachfrage ja mir auch stimmt bei dir fragt niemand bei äh Marek fragt immer jemand ja ja also bei Marek fragen tatsächlich sehr viele immer mal wieder so bist du etwa eifersüchtig? nö gut ähm so das Ding kann auch weg die Cell Workbench kann weg ähm also also okay jetzt geht es wieder ach du Schein ich habe gerade einen Schreck bekommen ja das ist auch wichtig wie es dem lieben Tom geht hehehehe vor allem das kommt überhaupt nicht jedes Mal total komisch rüber ja der ist ja eigentlich Megafarmer weil woher weiß der denn wie ich heiße weiß es nämlich nicht achso ist das einer von dir oder was ne ne deswegen ne 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 ich weiß nicht wer er ist ok wer sind sie Tom fühlt sich gestalkt ja wobei ich glaube ich hab dich Tom eben genannt achso also auch beim Intro wahrscheinlich ach darfst du ja nicht meinen Namen sagen warum nicht? den Vertrag nicht gelesen? nö so ähm dann Pile heißt nicht Dinger ja da war ja was basic hier advanced basic good basic passt schon dann ähm hm ach wer warum ist denn wie machen wir das am besten oder ne warte ich glaub wir haben extra diese andere Batterie dazwischen gemacht weil wir gegebenenfalls neue Reaktoren hinzufügen müssen achso ja ich glaub tatsächlich das war gewollt dass wir da den dazwischen haben ich bin recht neu habe aber schon ein paar Folgen von dem Projekt verfolgt dafür der Name des öfteren ah ok achso stimmt das gibt's ja auf YouTube auch also ja Tom du wirst alt ich kann mir nix mehr merken so gut das heißt hier ist jetzt schon mal ne advanced cell zwischen aber schön dass du bei YouTube äh bei Twitch jetzt vorbeiguckst wenn du anscheinend bei YouTube vorher geguckt hast ähm wie machen wir das hier? mach weiter so wenn da grad keine Folge ist pfff ja momentan kommen da keine so ähm wüsste auch gar nicht warum ja ich auch nicht also alles nur wegen dir ja ganz komisch sowas wie geht das dann einmal so ähm ähm ich glaub ich mach's so zack und du gibst den nach hier weg du gibst den nach hier weg du gibst auch nach hier weg äh okay äh ist das mittlerweile was da? was für ein achso warte äh nö ja es kann sein dass es alles noch voll läuft Ja, ich glaube nämlich auch. Ach ja, stimmt. Hier kann man ja nicht mit Shift über die Dinger drüber gehen. Nee, das geht nicht. So, Basic, Basic. Ich schmeiß mal die ganzen anderen Zellen weg. Also jetzt außer die 350 Basic und 190. Ich kann gar nicht, wovon du redest. Mach, mach. Ja, diese Piles, die wir haben. So. Die Strom-Piles. So, verstopfen das System nur. Warum steht hier noch ein Fisch? Der nicht mal am Strom angeschlossen ist. Beko. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich noch eine Altenlast. Kannst du auch noch abreißen, wenn du möchtest. Weich. So, das heißt, der Kram steht tatsächlich. So. Oh, ja. Ja, jetzt muss ich eigentlich die ganzen hübschen Teile hier fertig machen. Ich frage mich immer noch, warum wir hier so eine Riesenanlage mit Batterien stehen hatten. Stimmt, ich glaube, wir haben dem System einfach nicht vertraut, oder? Nee, soll ich machen? Da war ja irgendwas. So. Weg damit. Link Output-Zeit. So. 68 E0. Konkret bestellen. Schwarz, Grau und was fehlt noch? Weiß. Äh, ja. Alles bestellbar. Wunderbar. So, dann kann ich ja wieder gehen, wa? Hast genug für einen Tag getan, oder was? Ja. Äh, war das nicht eine Ausfallsicherung, falls das System mal keinen Strom bekommt? Ich sage jetzt nicht, dass es peinlich ist, dass wir es nicht besser wissen, aber keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ähm. Ich frage mich auch... Hä? Was soll das Kabel da drüben eigentlich? Äh, das Problem ist tatsächlich, die funktioniert nicht wirklich. Ähm. Ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht hier drüben irgendwie eine hinbauen. Aber ganz ehrlich, wenn das System ausfällt, müssen wir sowieso erst mal den Reaktor wieder anmachen. Und dann... Also, tatsächlich, wir haben halt, wo wir jetzt wieder auf den Server kamen, ist genau das passiert, dass der... äh, das System halt aus war. Weil wahrscheinlich nicht genug Uran oder so geliefert wurde. Keine Ahnung. Ähm. Und da, da bringt das auch nicht. Also, wir haben zwischendurch bestimmt 100 von den Piles erst mal wieder hier ranpacken müssen, damit der Kram Strom kriegt. Das heißt, das bringt eigentlich auch nicht wirklich was. Was man sonst vielleicht noch machen könnte, wäre, dass man entweder halt eine Direktleitung zu einem E-System vom Reaktor aus macht. Was wahrscheinlich gar nicht mal so dumm wäre. Das wäre eigentlich wirklich gar nicht mal so dumm. Was meinst du, Tom? Ja. Du hast wahrscheinlich kein Stück zugehört, oder? Doch, doch. Ich weiß, dass man vom Reaktor Pile 1 um das sehen. Wolltest du gerade schon wieder sagen, dass ich dir nicht zuhöre? Ja. Habe ich das jemals gemacht? Ja. So, ich weiß auch, also, Megafarma, da du anscheinend die letzten Folgen vor kurzem geguckt hast, weißt du noch, warum hier teilweise welche mit einem blauen Kabel und manche mit einem schwarzen angeschlossen sind? Also, ich weiß es natürlich, aber Tom weiß es leider nicht mehr, deswegen müssen wir es wiederholen. Das kann ich mir nicht mal selber glauben. Ja. Ich kann mir ja nicht mal bei C-Block merken von einem Samstag zu dem nächsten Samstag, was wir gemacht haben. Das ist gut. Weil ich bin tatsächlich gerade am überlegen, ob wir nicht eine Art Direktleitung zu dem Reaktor legen. Hm. Also quasi einfach, damit wir das Problem nicht haben, dass das System eventuell irgendwann ausfällt. Ich bin nur am überlegen, wie wir das am schönsten machen. Ähm. Ähm. Also.